Ja, das ist auf jeden Fall nicht langsam. Aber bringt mir immer noch nichts, wie ich sehe. Hier ist auch nichts, ne? Ne. Zumindest nichts Sinnvolles. Oh, gar nicht, ne? Das ist schon nicht leicht. Ich weiß, ihr habt es natürlich alle wieder gesehen. Ich nur noch nicht. Also, das ist klar. Oder nicht? Ich glaube, ich habe eine Idee. Macht mir aber ein bisschen Angst. Das macht mir ganz schön Angst. Bist ihr euch sicher, Leute? Komm, wir testen das einfach mal. Wir haben noch nichts zu verlieren. Außer unser Leben. Tschö, Ronimo! Oh, wer ist der Klügste? Kynop im Land. Kynop! Kynop! Now, everything about this test is lead-lined, according to my 1950s notes, here in my 1950s filing cabinet. Since it's harmful to humans, I mean, not harmful to humans, you'll be okay. Perfectly fine. Nothing to worry about. Oh, and don't worry about the boxes. We got a ton backstocked ready for this kind of thing. Thrown at the wall. Destroyed. Rinse and repeat. Useless little things. Made them in an hour. Yeah, okay. Okay. Yeah. Huh? Okay. Möglichkeit, da irgendwie hochzukommen. Was macht er denn dann? Er öffnet den. Mhm. Aber wie soll ich denn das anstellen? Wie soll ich den denn jetzt mit so viel Speed hinkriegen, dass er da hochballert? Ich hab hier doch nichts anderes, ne? Wie soll das denn jetzt bitte? Vor allem, hier komm ich auch nicht mehr raus, ne? Äh. Äh. Okay. Glaube ich nicht so gut, was, oder? Nein, lass mich rauf! Okay. Pass auf. Komm mal raus, da. So. Ja, da rauf. Frage ist, ob ich den da auch wegkriege. Glaube nicht. Wüsste zumindest nicht, wie. Ich würde jetzt nämlich auch gerne mal da rauf und mal gucken. Mübel. Bin ich durch, ne? Das? Wird auch keinen Sinn ergeben, ne? Nee. Nee, das wird wenig Sinn ergeben. Das ergibt keinen Sinn, Mensch. Wie soll ich denn das machen? Leute. Hallo? Das ist doch nicht... Das ist nicht wahr. Das ist echt... Das hat... Oh, oh, oh. Das hat echt den Schwierigkeitsgrad von dem anderen Scheiß. Von, 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 von dem, äh, anderen Portal. Da kam ich am Anfang tatsächlich nur durch, dass ich mich durchgebackt hab. Dass ich geguckt hab, wo ich welchen Pixel setzen... Auf welchen Pixel ich genau schießen muss. Und dann nachher durchzukommen. Ah. Ah. Okay. Vielleicht ja so. So wie jetzt. Nee. Jetzt selbst so komm ich nicht ran. Kann ich den auch nicht... Diesen kann ich den auch nicht, ne? Richtig werfen. Nee. Okay. So, erst mal so ganz runter. Jetzt spring doch... Hä? Warum kam ich denn da jetzt rückwärts nicht rauf? So. Hallo, ey. Komm. Und jetzt. Ja! Ich hab's geschafft. Nein. Hör auf. Nein. Hör auf. Nein. So. Kann doch bestimmt da hinten irgendwo... Jetzt hat der da aufgehört. Ist es denn echt die Möglichkeit oder... Achso, und hier ist jetzt Glas oder was? Oh. Wie? Im Ernst? Wie? Ich muss den mitkriegen. Ich muss den hier oben mit hochkriegen. Dann kann ich den hier runterwerfen und da durch vielleicht. Würde ich jetzt behaupten. So. Aber wenn ich da jetzt durchhüpfe, dann werde ich wahrscheinlich tot sein. Also ist das auch wenig sinnvoll. Ich bin da noch drauf, oder nicht? Ich bin da noch drauf, oder nicht? Nee, ich war nicht drauf. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Ach, und der schmeißt denn die ganze Zeit jetzt auch einen neuen raus? Wo schmeißen wir den hin? Da vorne hin. Ja, ja, danke. Alles klar. Hä? Hä? Was ist denn? Zählt das trotzdem? Außerdem kann der hier mal bitte aufhören. Hallo? The fuck? Was ist denn hier los, Mensch? Das gibt's doch nicht. Das ist doch geil. Aber dadurch könnte ich quasi eine Kettenreaktion starten. Mal auf. Ich? Ja, jetzt kommt da hinten immer einer. Und so jetzt? Nee, das war das Falsche. Nee, das war's auch noch nicht so ganz. Na, wisst ihr was? Es ist eigentlich scheißegal. Pass mal auf. Ich krieg das jetzt auch so hin. Ich krieg den jetzt hier hin. So, jetzt machen wir den Trick, dass... Ich weiß, das war nicht das Richtige, aber... Ganz scheiße war das auch nicht. You're not dead. That means that high toxicity lead didn't get in the air and, uh, I mean, great job, Astronauts, Olympian or Warhero. You really are a merit to science or something like that. Just remember the Nuremberg Olympics. Alles klar. Alles klar. Schön. Sehr gut. Es ist überhaupt nicht verstörend. Nein, jo, gar nicht. Ich wollte jetzt eigentlich gerne... Wir sind ja jetzt schon wieder bei 37 Minuten. Eigentlich gerne. Noch mal schnell ein Ding machen. Aber ich befürchte, ich werde am nächsten Ding mindestens noch mal doppelt so lang hängen. Wollen wir es versuchen? Okay, wann sind wir? Nicht wo, sondern wann sind wir? Im Ernst, also... Wenn er es schon sagt, das wurde noch nicht in den 70er... Äh, okay. Aha, alles klar. Es geht doch. Gut. Ich glaube, der ist relativ easy hier. Was macht der hier? Der macht blau. Der macht blau. Alles klar. Und... Oh, warte mal. Okay, dann muss ich da irgendwo... Okay, da kann ich gegen. Aber wo soll ich dann hin? Wo soll ich denn dann ankommen? Also das hier ist schon mal relativ easy. Das ist klar. Aber wo soll ich denn dann ankommen? Da nicht, ne? Können wir das angehen? Sollen wir das mal versuchen und absolut hart failen? Machen wir mal. Oh. Sag mal... Meine Maus erzieht hier. Andauernd. Und... Boots. Boots. Dankeschön. Ja, ja, ja. Okay. Hier ist nichts Großartiges, ne? Nee, irgendwie nicht. Mir fehlen auch die Testkammern, wo man überall hinschießen kann. Das war super. Das waren tolle Testkammern. Okay. Ist es jetzt so, wie ich mir denke, dass ich hier jetzt richtig verkackt habe? Und hier nicht mehr... Ah. Okay. Aha. Logisch. Das war sexy aus, ne? Was ich denn gemacht habe? Glaubst du? Okay. Wie komme ich denn gleich wieder da rüber? So ist der Plan. So ist der Plan. Ja? Ähm, nee. Ja, ähm, nee. So. Okay, pass auf. Da hin. Ich muss wieder versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Das ist klar. Ähm, äh, nee. Ähm, äh, nee. Ähm, äh, nee. Alles klar. Äh, der andere ist da oben. Das ist doof, weil den sehe ich nicht. Sehe ich den vielleicht von hier? Oder von woanders? Den brauche ich nicht dafür. Ich muss da durch und dann da hinten rüber. Und das ist eigentlich alles ganz klar und ganz logisch. Da kann ich auch nicht durchschießen. Ja, das ist ja eigentlich alles nicht so das Ding. Ne? Wutz. Das ist klar. Und dann sollte ich da oben nämlich rauskommen. Da. Aber da komme ich noch nicht ran. Da kann ich noch nicht gucken. Quasi da vorne. Da wäre das. Aber jetzt muss ich ja irgendwie wieder da hinten hinkommen. Ich stelle Ihnen das an. Kann ich mich vielleicht hier wieder zurückschießen irgendwie? Glaub nicht. Okay. Eventuell. Aber das ergibt auch wenig Sinn, oder? Ja. Ja, das ergibt ganz schön wenig Sinn. Mann! Jungs! Mädels! Warte mal, warte mal, warte mal. Darf ich mal gucken? Das muss doch einen witzigen Effekt geben, oder? Okay. Das war witzig. Kein Sinn ergeben. War aber witzig. Das ergibt auch keinen Sinn. So. Ich will da rüber. Das ist mein Ziel. Und dann brauche ich einen Kubus. Und ich soll noch einen Kubus da mit hinnehmen? Einen Würfel? Leute, nicht euer Ernst jetzt, oder? Also so ein bisschen bekloppt und kacke seid ihr schon, ne? Wo ist denn jetzt eigentlich... Ah, die ist da vorne. Da ist der Würfel, den wir brauchen. Das hilft mir auch nicht besonders, ne? Ne, irgendwie glaube ich nicht. Das ist nicht wahr. Das gibt's doch gar nicht. Doch, Barola. Rummel! Vor allem dich brauche ich ihn nachher auch noch, Baby. Soll ich das anstellen? Durchballern kann ich den auch nirgends. Da ist irgendwas. Irgendwas hier mit ist. Vielleicht so? Warte mal. Ich glaube nicht, aber... Nein. Nein. Nicht. Gleich kann ich hier einfach mal ein bisschen von dem Blauen reinsetzen. Ist das eine Idee? Pass mal auf. Das machen wir einfach mal. Jetzt hab ich das auf die falsche Seite gepackt. Mensch. Irgendwie wieder so super. Oh. Oh, das war... Nee, das war so nicht gedacht. Naja, geil. Leute. Welches ist da? Orange. Ich hab noch nie so oft irgendwelche Portale falsch gesetzt. Ah, jetzt komm ich da aber nicht durch, oder? Oh. Okay, soll auch nicht das Problem sein. Du bleibst hier, Kollege. Du bleibst hier. Okay, jetzt kann ich mit dem Dauerfeuer geben. Das hab ich aber, glaub ich, nicht vor, oder? Will ich nicht, oder? Will ich das? Wissen wir nicht, wollen wir das? Wollen wir sowas machen? Ich glaub, das wollen wir gar nicht, oder? Pass mal auf, ich geb mal kurz mit... Ach nee, mit dem nicht. Aha, okay. Das wird dann auch wohl schon irgendwas heißen. Dass ich den hier durchgängig drücken muss, immer. Und den anderen aber mit dem Cube beschweren könnte. So, das funktioniert immer noch, ne? Mein, ich hoffe ja. Schade, wär jetzt echt schade, wenn nicht. Pass auf, du kommst erst mal mit mir mit, hier, Kollege Schnellschuh. Oder? Ich glaub, ich lass dich mal hier drauf. Pass mal, ah, oh. Das war ganz schön. Ich lass dich erst einmal hier drauf. Okay, jetzt bin ich noch schneller. Schön. Es wird auch nicht leichter hier, ne? Gerade machen. Wo ist denn... Hallo, wo ist denn jetzt der... Ähm... Ach, da! Ah, alles klar, hab ich begriffen. Okay. Okay, da durchkomm ich nicht, aber ich würde da reinkommen. Das ist auch gut. Das ist ne Idee jetzt. Ja, super. Pass mal auf. So, da vorne ist blau. Hier ist orange. Ihii. Ja, ja, ja. Haha! Haha! Weil ich so klug bin, so hübsch bin, so schön bin. Und... Awesome! Wer hat's gereiht. Wer hat's gereiht? Ich. Ich glaube, ja, ja, ja. Ich glaube, ja. Ich bin von meiner Ex gewohnt. Ja, was genau dann. Okay, da wird ein Rätsel mit sein, weil das ist zu leicht. Das ist zu leicht. Hä? Okay. Ich brauche blaue Soße. Gange das falsch? Ich glaube ja, oder? Damit mache ich den weg. Alles klar. Reicht schon, danke. Das war jetzt nicht so schwer. Ich muss nur gucken, wo muss ich eigentlich weiter... Da oben muss ich irgendwie oder da... Ich muss den hier durchbringen, okay? Ja. Aber wo kann ich den denn jetzt? Wenn ich den mache, dann ist... Ich esse das dann. Wenn ich den mache, ist der weg. Brauche ich von hier irgendwas noch? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich brauche ich von hier nichts. Was? Das war, glaube ich, die Tür, durch die wir... Ja, ja. Da sind wir durchgekommen. Da oben soll ich den hinkriegen. Ach, das wird ja jetzt... Ein Spaß wird das ja. Den kriege ich nochmal wie... Nee. Kann ich gar nicht. Das ist scheißegal, was ich da mache. Wenn ich den hier so mache... Ja. Dann ist der aus. Das ist... Das ergibt Sinn, ja? Das ist logisch. Aber der hüpft ja dann da durch... Und ist dann eh kaputt. Wie kriege ich das? Das heißt, ich muss erstmal da oben irgendwie reinkommen. Da oben, wie Sie sehen... Kommen wir aber nicht rein. Weil da können wir gegen schießen, wie wir Bock drauf haben. Ach, ich muss da durch! Oder? Muss ich da durch? Sagen wir mal ja. Also, ich bin schon mal da. Hallo? Hallo? Okay, pass auf. Ich brauche hier Sprunggelenke. Ja, alles klar. Dann will ich nämlich gleich da durch. Und da hin. Äh... Du kleiner, behinderter Junge. Hör die Augen! Da. Okay. Wo bist du? Freundchen, da bist du. Ja, guck doch mal. Das war doch jetzt gar nicht mal so schwer. Ja. Gut, meine Freunde. Hinterlasst ein Abo für die nächste Folge. Oh, alter Finne! War das jetzt ne vier... Pfff, ne 54 Minuten. So, ich bin raus hier. Winke, winke, ciao und tschüss! Tschüss! Meint ihr nicht, dass ihr ein bisschen übertreibt? Ein bisschen! Ja, und jetzt am besten noch runterfallen und... Ich hab Heiß dann hier. Das wär doch ideal, oder nicht? Das wär doch toll! Das wär doch mal richtig witzig! Das war soweit alles Wissenswerte über dieses Mikrofon. Etterpoline. Bääääh!